Seekrauts Ihr habt dann die Aufgabe 1,7 GB herunterzuladen, es sei denn ihr tut es schon im Vorwege und könnt eben dieses Update preloaden. Es wird ein paar teilweise auch wichtige Änderungen für euch geben, zum Beispiel, das möchte ich gleich vorweg sagen, bevor ihr vorspult, habt ihr eine schlechtere Version als DirectX 10, dann wird World of Warships nicht mehr starten. Das heißt, ihr braucht also DirectX 10 oder 10.1, denn 10.1 wird noch hier richtig unterstützt. 10.0 läuft wohl noch, wird aber nicht mehr richtig supportet. Das heißt, da kommen Inhalte möglicherweise nicht mehr richtig dargestellt werden und so Sachen. Deswegen habe ich jetzt eben auch gerade extra schon mal 10.0 gesagt. Also 10.0 ist das absolute Minimum, welches ihr braucht, damit ihr World of Warships ab Donnerstag noch spielen könnt. Wie ihr das abrufen könnt, ob ihr das richtige DirectX installiert habt, dazu geht ihr unter Windows 10 einfach auf eure Suche hier unten, gebt dann DX-Diag ein, drückt dann Enter, dann öffnet sich hier gleich so ein Feld und dann steht hier unten eure DirectX-Version. Ja, und wenn die da steht und höher ist als 10.0, dann habt ihr nichts mehr zu befürchten. Das funktioniert auch bei jeder anderen Windows-Version. Einfach über die Suche gehen und dann, ja, findet ihr eure DirectX-Version. Gut, kommen wir zu den Themen. Also, es gibt einen Flat-Wettbewerb. Es wird sowas wie die Clanschatzkammer geben. Es gibt natürlich weitere neue Inhalte, die hier ins Spiel kommen, zum Beispiel auch ein neues Stahlschiff. Welche das sein wird, werden wir gleich mit euch besprechen. Also, direkt oben fangen wir mit dem Freundschaftsspiel an. Nennen wir es einfach mal Freundschaftsspiel-Victory. Ich finde, der freundlicher Victory-Wettbewerb ist irgendwie ein bisschen komisch ausgedrückt. Ihr wählt am Anfang, wenn ihr euch jetzt in den Client einloggt, zwischen Glory und Honor, also Ehre oder eben Ruhm. Und das könnt ihr einmal am Tag tun, also jedes Mal, wenn ihr euch einloggt. Und dadurch bekommt ihr dann, schließt ihr euch quasi einem Team an und bekommt dann dafür Punkte, indem ihr dann dafür Aufgaben erfüllt. Wenn ihr möglichst viele Punkte gesammelt habt, bekommt ihr dafür Token. Mit diesen Token könnt ihr Tarnung bekommen für hier bekannte Schiffe, Schapaev, Kiev, Oknavoy, aber auch für das T-8-Schlachtschiff Vladivostok. Dann gibt es auch permanente Tarnungen, es gibt verbrauchbare Tarnungen und es gibt natürlich die Möglichkeit, Container zu bekommen, um da mit ein bisschen Glück den Vorabzugang zu sowjetischen Schlachtschiffen der Tierstufe 5 bis T-8 freizuschalten. Außerdem gibt es eben die Möglichkeit, dass man in der Waffenkammer irgendwie an die Laso kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie sowas ist wie mit der Irian, dass man da so eine Dublon-Pakete hintereinander freischalten muss oder da eben sehr anstrengende Aufgaben erspielen muss, damit man irgendwie an dieses Paket kommt. Ich weiß es nicht genau. Das wird hier auch offen gelassen, von daher ist das eine Mutmaßung, die ich hier äußere. Was man auch sagen kann, ist quasi so ein bisschen angelehnt an dieses GoNavy-Event von damals. Das ist ja nicht so super erfolgreich gewesen, um es mal so auszudrücken. Und deswegen wird jetzt hier so ein bisschen was eingeführt. Und zwar das Team, was jetzt an Tag 1 gewonnen hat, wird an Tag 2 schwerere Aufgaben bekommen. Und das Team, was verloren hat, bekommt einen erhöhten Punkte-Modifier, um auch Anreize zu bieten, dass sich die Spieler, die vorher im Team 1 waren, dann in Team 2 wechseln, zum Beispiel. Also all das würde auf jeden Fall mal ein bisschen spannender machen. Ich bin mal gespannt, ob die Mechanik aufgeht, wie sie sich das vorgestellt haben. Auf jeden Fall gibt es da wohl deutliche Punkte-Vorteile später. Hier steht dann Greater Reward, also höhere Belohnung, aber keine Modifikation. Dafür ist aber dann halt auch die höhere Schwierigkeit da. Hier steht noch Hard Difficulty und auf der anderen Seite eben die normale Schwierigkeitsstufe und eben der Punkte-Modifikator, der nochmal 10% mehr Punkte bringt. Und die werden dann hier in jeweils verschiedener Form umgewandelt in Allowance-Tokens. Das sind dann wahrscheinlich diese Marken, die man eben braucht, um Container oder eben diese Tarnung, wie ich eben schon gesagt habe, freizuschalten. Es ist nicht mehr möglich, am Tag irgendwie da abgeworben zu werden und hin und her zu wechseln, sondern es ist nur einmal am Tag möglich, sich auszuwählen, auf welche Seite man kämpfen möchte. Und das war's. Ja, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist dann die Clanschatzkammer. Denn mit dem Update 083 wird euer Clan die Möglichkeit haben, ein neues Gebäude kostenlos zu errichten. Und das ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Ihr bekommt für den Bau sogar Belohnung, und zwar 2000 Kohle. Ja, was soll der Clan jetzt mit 2000 Kohle? Denn, ja, funktioniert der ganze Kram. Wie genau, wissen wir jetzt auch noch nicht. Eigentlich ist es so, dass der Clan halt jetzt separate Ressourcen in der Schatzkammer sammelt. Das kann Stahl, das kann Kohle und das können auch Dublonen sein. Und der Clanleiter und seine Stellvertreter, die können die Ressourcen dann an ihre Spieler verteilen. Und zwar nach gut dünken, um es mal ganz direkt zu nennen. Das heißt also, es könnte passieren, ich will jetzt hier keinen Streit sehen, aber es könnte halt auch passieren, dass es vielleicht zu ein paar Ungerechtigkeiten kommt. Gefühlt zumindest, das ist dann auch die Pflicht eines jeden Clanleiters und seiner Führungsriege dafür zu sorgen, dass eben ein transparentes System etabliert wird, wonach Stahl, Kohle und Dublonen eben ausgegeben werden. Denn sehen kann jeder, was in der Schatzkammer drin ist, nur verteilen. Können eben nur die Clanleiter und seine Stellvertreter. Wie können die ganzen Sachen denn jetzt gesammelt werden? Also mit der aktuellen Clan-Gefechte-Saison ist es dann möglich, wenn man hinter die ersten 50 Ränge kommt, den Stahl zu bekommen. Und das wird dann in dem Clan, also zusätzlich zu dem eigenen Stahl, den man sowieso mit jedem Gefecht verdient, bekommt der Clan etwas für Erfolge. Und ja, da geht es einmal um Stahl und dann geht es noch um weitere Sachen. Hier nehme ich zum Beispiel noch um Kohle. Also landet man in der ersten Gruppe, in der Sturm, in der ersten Sturmgruppe sozusagen, dann bekommt der Clan 5000 Kohle und das kann er dann an besonders aktive Mitglieder zum Beispiel verteilen. Das ist natürlich immer so ein bisschen angemessen an den Teilnahmen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ich rechne einfach durch jeden. Jeder, der einmal teilgenommen hat mindestens, der bekommt einen gewissen Grundanteil und die, die am meisten teilgenommen haben, die teilen sich dann nochmal die letzten 1000 oder was auch immer. Das ist eine interessante Variante und ich bin mal gespannt, was da jetzt für eine Situation ins Spiel integriert wird. Weil das, wie gesagt, ich habe da auch so durchaus so ein Gefühl, das hat für den einen oder anderen sicherlich auch ein Streitpotenzial gegeben. Hier kann man nochmal die Übersicht sehen, hier gibt es ein Journal, das kann auch jeder sehen, wann wie ausgegeben und eingenommen wurde und wie viel der Clan dann zur Verfügung hat. Wie man an Dublonen kommt, keine Ahnung. Das werden wir einfach sehen. Das wird sich mit der Zeit weiterentwickeln, diese Sache. Und möglicherweise, halt hier, wie Sie schon schreiben, durch Aufträge, Aufgaben in Feldzügen und so weiter, kann es eben zu so was möglicherweise in Zukunft führen, dass man dann eben auch was in der Clan-Kasse wiederfindet. Hier steht es dann auch nochmal, dass was hier zum Beispiel verboten ist, dass man seine eigenen Clan-Slots verkauft, um eben gewisse Bonis ingame zu bekommen und so eine Sache. Also, dass man, dass ich als Clan-Leiter jetzt sage, ich bekomme 10 Euro, dafür nehme ich jemanden in den Clan auf, der kriegt dann aber von mir 100 Dublonen, weil die Clan-Kasse da gerade hergibt oder so eine Sache. So was ist generell untersagt und das sollte in Zukunft auch gemeldet werden, wenn so was passiert. Dazu kann ich euch nur aufrufen. Ich bin mal gespannt. Ich bin ein bisschen skeptisch, obwohl eine Natur eigentlich eher diese Variante ist, zu sagen, ich stehe dem positiv gegenüber. Es gibt ein zusätzliches Belohnungspotenzial, ja, aber es kommt auch zusätzliche Arbeit auf die Clan-Leiter und den anderen Stellvertreter zu. Und wenn man eben das alles nur fun-mäßig betreibt und so nebenbei, dann ist es halt so eine Sache. Man sollte sich da wirklich vorzeitig Gedanken zu machen. Für alle Fans der Anime-Serie Azur Lane gibt es eine neue Möglichkeit mit dem nächsten Update. Dann gibt es eine weitere Zusammenarbeit und da gibt es jetzt nochmal eine ganze Ecke weiter. Also es wird eine neue Sammlung geben, es wird einen einzigartigen Hafen geben, der euch bekannt sein sollte, wenn ihr das Handyspiel spielt. Es wird besondere Kapitäne geben, Neptun, Prinz Eugen, Dunkirk, Atago, Azuma und so weiter. Es gibt besondere Tarnungen für den amerikanischen, Kreuzer Montpellier und für den japanischen Zerstörer Yuki Kaze. Alles beides Thema. Ja, das ist eigentlich das, was man dazu schon sagen kann. Ihr könnt die Sanse-Geschichte natürlich auch wieder aktivieren über den Filter, über den Filter im Karussell und dann halt auch diese Sachen auch wieder ausschalten. Dann werden die euch auch nicht richtig angezeigt. So, dann geht es weiter. Und da hatte ich eingangs schon zu was gesagt. Ab der kommenden Version, die er am Donnerstag aufgespielt hat, wird richtig unterstützt nur noch die X-Version 10.1. Die Version 10.0 wird das Spiel noch starten können. Also jeder, der 10.0 hat, wird das Spiel noch starten können. Aber danach könntet es möglicherweise dazu führen, dass weitere Inhalte inkompatibel werden. Ich habe es euch eben schon gezeigt, wie ihr das abrufen könnt. Und es kommt noch was weiteres. Denn es kommt eine 64-Bit-Version. Und zwar des Clienten. Hier ins Spiel sozusagen. Also auf alle PCs. Der Client während der Installation entscheidet automatisch, ob bei euch den 64-Bit-Client oder den 32-Bit-Client installiert. Und zwar gibt es da so eine magische Grenze, diese 6 Gigabyte. Alles, was 6 Gigabyte oder größer hat, bekommt den 64-Bit-Clienten. Alles, was da drunter liegt, bekommt den 32-Bit-Client. Sicherlich werden sehr, sehr viele Leute von euch da draußen schon den 64-Bit-Clienten haben. Einfach, um den Arbeitsspeicher besser nutzen zu können. Zum Beispiel. Das wird jetzt hier zum Beispiel beworben. Aber es hat auch viele andere Vorteile. Da wollte ich jetzt aber nicht, gar nicht weiter drauf eingehen. Weil es hier halt nur World of Warships trifft. Und dass hier ein liebgemeinter Hinweis von uns ist, dass ihr jetzt demnächst eine 64-Bit-Architektur in World of Warships vorfindet. Vielleicht hat das ja dann auch mal Performance-Vorteile im Hafen. Das wäre ja mal ganz cool. Also wenn ihr dann nicht bevormundet werden wollt, gibt es im Wargaming Center auch noch die Möglichkeit, den Optionen manuell auszuwählen, welcher Client dann starten soll. Also dass man sagt, ich möchte World of Warships in 32 oder 64-Bit startet haben. Das wird auch noch gehen. Dann gibt es Veränderungen an den Flugzeugträgern. Ein paar Leute von euch werden sicherlich sagen, warte, schon wieder Veränderungen an Flugzeugträgern. Ich habe die Schnauze voll davon. Ja, also es wird zum einen an der Spieleoptimierung der Flugzeugträger gearbeitet. Und zwar an der Benutzeroberfläche. In manchen Rechnerkonfigurationen war das noch nicht so optimal. Und das wird jetzt angepasst. Und zum anderen wird es jetzt eine Verbesserung geben für die Flugzeugträger. Ja, ist eine kleine, aber auch nur geht um die Torpedobomber. Die haben eine Reparaturmannschaft für diese Flieger eben. Und die werden jetzt in Zukunft, wenn ihr die India Delta Flagge benutzt, 5% mehr HP wiederherstellen können, wenn sie die Reparaturmannschaft benutzen. Halte ich nur für sinnvoll und konsequent. Dadurch wird dem Flugzeugträger auch etwas an die Hand gegeben als zusätzliches Material, wo man sagt, ich muss mir überlegen, ob eine Signalflagge Sinn macht oder eben nicht. Weil aktuell ist es doch recht einfach, einen Träger mit Signalflaggen auszustatten. Vor allen Dingen, weil nur ein Teil der Flaggen überhaupt auf dem Träger Sinn macht. Anderen Schiffen wiederum kann man zum Beispiel kaum hinterherkommen, alle Signalflaggen da runter zu bekommen. Wenn man dann da noch irgendwas hat und noch irgendwas auf den Trägern, ist die Auswahl sehr, sehr begrenzt, will ich damit sagen. Und deswegen bringen sie jetzt halt hier diese Möglichkeit, India Delta zu flaggen. Außerdem wird die Beschreibung für die Signale Victor Lima und Juliet Whisky Una One auf die Flugzeugtorpedos, also der Bezug darauf, wird jetzt eben besser erklärt. Dann gibt es weitere Verbesserungen und zwar im Hafen. Und das könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Viele von euch haben sicherlich eine Menge Signale im Hafen. Und genau da wird es einen Riesenvorteil für geben. Und es wird weniger wohl ruckeln. Im Testserver konnte ich jetzt schon feststellen, das war ein spürbarer Erfolg. Und zwar geht es eben darum, dass wenn ihr Signale, Tarnung und Flaggen anbringen wollt, dass das jetzt eben schneller vonstatten geht und man nicht einmal klickt, drei Sekunden wartet, wieder nochmal klickt und so weiter, sondern eben wirklich flüssig jetzt beflaggen kann. Außerdem gibt es dann menütechnisch noch ein paar Vor- und Nachteile, die jetzt eben weggepatcht werden. Nämlich zum Beispiel, wenn man den Escape-Knopf drückt, dass dann alle Reiter sich sofort minimieren und man wieder direkt zum Hafen zurückkommt. Das gab vorher Teile, wo das eben nicht so war. Außerdem wurden ein paar unlogische Sachen entfernt, dass man bei Äußeres zum Beispiel noch einmal die Panzerungsanordnung sehen kann. Die kann man eigentlich immer abrufen, wenn man über die Statistik auf der Rechtsseite geht und oben auf Panzerungsanordnung klickt. Da macht das auch viel mehr Sinn als bei den Signalflaggen oder bei Tarnungen oder anderen Sachen. Also, so Sachen werden jetzt eben angepasst. Das heißt, in der Beziehung wird die Oberfläche weiter entschlackt, um sie einfach auch da nochmal ein bisschen flüssiger hinzubekommen. Das ist meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, weil ihr kriegt es in den Livestreams mit. Wenn ich da mal ein bisschen herwechsel, dann ist das teilweise ganz schön fehlerisch. Dann geht es weiter. Und zwar kommt ein neues Schiff in die Waffenkammer. Und zwar das Stahlschiff Neustraschimi. Wir haben es euch vor kurzer Zeit bei uns im Preview vorgestellt. Jetzt ist es wohl so, dass ab 29. April diese Chiff verfügbar sein sollte und ihr dann also eine Menge Spaß damit haben könnt, wenn ihr genug Stahl habt. 20.500 ist schon eine ganz schöne Summe, die die da aufrufen. Und ja, ein Coupon ist wohl auch möglich zum Eintauschen. Es wird in Zukunft auch möglich sein, mehrere Spielressourcen auf einmal zu kaufen. Wenn man aber einen Coupon benutzen will, dann kann man nur einen Spielgegenstand auf einmal dafür kaufen. Also der Coupon ist dann nur für ein Set gültig, also 20 Signalflaggen als Beispiel. Und nicht eben 180, wo ihr dann 20% drauf kriegt. Das ist natürlich auch ein bisschen wirtschaftlich bei der ganzen Geschichte. Aber das wird hier auch nochmal erklärt. Und wie gesagt, die Eigenschaften des Schiffes hier sind hier auch nochmal komplett aufgelistet. Zum Beispiel, dass ihr eben 430mm Rohre habt, in zwei Geschütztürmen verteilt, einen vorne, einen hinten. Also in den ganzen Geschichten haben wir euch alles schon in unserem Preview-Video gesagt. Denn das Schiff hat sich danach nicht mehr verändert. Wir haben euch also quasi indirekt schon ein Schiff ein bisschen an die Hand gegeben. Also schaut euch einfach unser Preview-Video nochmal an. Ich verlinke das auch am Ende zur Neustraschimi. Da bekommt ihr schon mal einen Ersteindruck, wie das Schiff so aussieht, wie das Schiff so schwimmt. Vor- und Nachteile gegebenenfalls schon mal ein bisschen erwähnt. Auch da könnt ihr euch schon mal die Flak angucken, weil die ist ja als DD inzwischen sehr, sehr wichtig geworden. Und ja, was einfach so was Besondere des Dampfers ist. Und da gibt es durchaus ein paar Punkte, die da sehr spaßig sind. Nächster Punkt ist, dass mit dem nächsten Update dann auch Lackierung angeboten werden, nämlich die Makoto Kobayashi-Tarnung für die Roma, für die Ki, für die Ashitaka. Die könnt ihr für Dublonen holen. Und das ist nur bis zum Update 084 möglich. Und dann wird hier auch nochmal erklärt, welche Vorteile sie bringen. Nämlich Schiffswartungskosten reduziert, Creditspunkte erhöht und die EP je gefecht sind natürlich auch geboostet. Und sonst die Standardwerte hier mit den 3% Erkennbarkeit zu Wasser reduziert und die Streuung der Granaten des Gegners erhöht. Hier gibt es dann nochmal die Bilder. Einmal die Roma mit der Tonne, dann haben wir hier die Ki, die hier schon im hellen Hafen, in meinem Lieblingshafen hier unter steht. Und dann die Ashitaka, die hier auch im hellen Hafen steht. Das wird aber erst mit Update 084 voraussichtlich der Fall sein, dass der Hafen Tag und Nacht hat. Das werden wir euch in einem separaten Video dann nochmal zeigen und erklären, was demnächst dann bei uns auf dem Kanal zu sehen ist. Dann gibt es eine weitere Änderung und zwar werden die Florins, die ihr jetzt erarbeitet habt und noch nicht ausgegeben habt, endgültig durchgetauscht. Nämlich im Kurs 1 Florint gegen 4000 Credit Einheiten. Und außerdem habt ihr jetzt ja auch wahrscheinlich schon Ironium gesammelt, welche ihr jetzt nach dem Update 083 nicht mehr richtig einlösen könnt. Also ihr habt die Währung noch. Es gibt noch ein paar Sachen wahrscheinlich, aber nicht mehr so viele. Und die werden dann im Tauschkurs 1 zu 16.000 eingetauscht. Aber erst mit dem Update 084. Also da ist noch ein Monat Zeit. Also guckt euch bitte um, ob ihr da noch irgendwelche Sachen findet. Sonst kriegt ihr einfach Credits dafür. Das kann man euch so noch mit auf den Weg geben. So, dann geht es weiter. Und zwar mit der Spielbalance. Mit der Einführung des CV-Rewerks wurden ja viele Sachen über den Haufen geworfen. Und unter anderem war es eben auch die verschiedene Anzahl von Aufklärungsflugzeugen und so weiter, die sich da komplett verändert haben. Es soll jetzt vereinheitlicht werden, sodass alle Schiffe drei Ladungen des Verbrauchsmaterials des Aufklärungsflugzeuges haben und das verbesserte Verbrauchsmaterial eben vier Ladungen hat. Außerdem werden die besonderen Möglichkeiten der Purse und der Musashi in dem Fall auch beibehalten. Dazu kriegt die Musashi noch ein Verbrauchsmaterial Jäger. Das hatte sie vorher schon, aber vorher war das eben nur 60 Sekunden aktiv. Bei der Musashi war es aber eigentlich so, dass der Jäger eine besondere Fähigkeit war, weil er eben ja einfach länger fliegen konnte oder aggressiver war, wie auch immer. und das wird sich jetzt in dem Sinne verändern. Angepasst am CV-Revac werden diese Flieger jetzt nämlich 80 Sekunden um eure Musashi drum kreisen und nicht nur 60. Und damit erhebt sich dieses Verbrauchsmaterial bei der Musashi eben von anderen Verbrauchsmaterialien anderer Schlagstöfe ab. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und der nächste wichtige Punkt ist und darüber freue ich mich nochmal zusätzlich. Ich persönlich habe die Le Terrible immer gemocht und hatte damit durchaus sehr, sehr angenehme Gefechte und die wird jetzt gebufft. Kann man ganz einfach sagen. Die Mündungsgeschwindigkeiten der AP-Granaten erhöht sich, der Krupp-Wert erhöht sich und das am Ende hatte zufolge, dass die Durchschlagskraft der Mumpeln einfach krasser wird. Der Luftwiderstandskoeffizient wird verändert und zwar bei beiden Granatentypen AP und HE. Das heißt, ein flacherer Flugbogen ist möglich und ihr könnt direkter Schaden am Feind machen und in Zukunft auch leichte Kreuzer auf bis zu 10 Kilometer Entfernung ganz besonders hart beschädigen. Also da sind wahrscheinlich, wenn ihr einen Dicken näher dran seid, sogar Zitadellen mit eurer AP-Munition drin. Und das wäre ja eine richtig krasse Sache, dass ihr sozusagen als ultraleichter Kreuzer hier richtig Schaden auf anderen Kreuzern machen könnt. Das ist ja bis jetzt eben nur sehr, sehr schwer möglich. Und ja, also da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen, ob ihr euch auf die Le Terrible jetzt freut, weil das könnte natürlich auch schon so ein so ein Richtungsteig sein, wie sich dann die französischen Ideen Ideen in Zukunft spielen könnten, wenn sie dann als Forschungsbaum ins Spiel kommen. Wir haben ja dann die Le Fantasque, die als Forschungsbaumschiff neben der Le Terrible auf T8 sein wird und sehr ähnliche Eigenschaften wahrscheinlich haben wird. Da werden sich wahrscheinlich nur bestimmte Sachen unterscheiden. Und ja, die Sachen, prinzipiell hören die sich cool an. Ich freue mich drauf und dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, um wieder auf größere Distanzen zu schießen. Ich hatte ja die erweiterte Schießausbildung bei mir zum Beispiel rausgenommen, weil ich eher mit der kurzen Distanz klarkam. Gut. Und dann gibt es noch weitere Inhalte und Änderungen, nämlich die Yamato. Mit Update 083 wird eine geilere Yamato ins Spiel kommen. Haben sie jetzt nochmal detaillierter gestaltet. Die haben lange geforscht und da irgendwie auch vom Team her nochmal welche nach Japan geschickt, da die Museen durchgeblättert. versucht alle möglichen Aufzeichnungen zu finden. Es gibt dafür sogar ein separates Video von World of Warships, wo sie darauf eingehen. Und jetzt haben sie die ganzen Sachen umgesetzt, haben das Aussehen angepasst, haben die Kanonen, die Flugabwehr angepasst an den aktuellen Stand beim Auslaufen zur letzten Schlacht und das alles sorgt auch dafür, dass ihr 100 mehr Damagepunkte im Durchschnittszahlen pro Sekunde macht mit eurer Flugabwehr. Das heißt, ihr werdet definitiv schwerer anzufliegen sein in Zukunft, wenn ihr mit der Yamato unterwegs seid. Dann gibt es nochmal das neue Tarnmuster, was hier jetzt entworfen wurde, auch von Makoto Kobayashi und das hat die gleichen Werte wie bereits oben auf den anderen Kobayashi-Tarnungen, hier mit den Schiffswahrungskosten, credit.ep und so weiter. Des Weiteren werden neue Tarnungen eingeführt, und zwar die Gewinner-Tarnung vom Leningrad-Wettbewerb und von der Minsk. Da gab es ja zwei Wettbewerbe oder einen Wettbewerb, wo beide Tarnungen drinne vorkamen und auch da gibt es halt jetzt diese Möglichkeiten, dass ihr die erspielen könnt und zwar durch die täglichen Aufträge, wenn ihr da nachher die 20 täglichen Aufträge erfüllt habt, bekommt ihr am Ende die Tarnung für die Leningrad und für die Minsk eben hinzugeschrieben. Und dann geht es noch weiter, dass es zum Beispiel auch bei der Bogonia weitere Tarnungen gibt, die dann für Mölybdien und Kupfer erhältlich sein sollen. Auch hier die gleichen Werte, wie auf der Leningrad oder eben, nee, nicht wie auf der Leningrad, aber wie bei der Yamato oben, die eben dann euch vor allen Dingen mehr Geld bringen, weil ihr einfach weniger Reparatur habt und mehr Credits verdient. Hier kann man sich die Tarnung dann auch nochmal angucken. Die Leningrad, das ist die Minsk und hier haben wir die neue Tarnung für der Bougon, also der Alsas, quasi auf Steroiden. So, dann geht es weiter. Es kommen neue Teststiffe in den Account und zwar für die Kontributoren, Supertester und Entwickler. Einige davon werde ich, obwohl ich zu keiner dieser Kategorien gehöre, sicherlich auch nochmal vorstellen können aus meinem Client heraus durch die Nutzung eines Mods bin ich dazu in der Lage. Der Mod ist aber zugelassen, keine Sorge, also ist alles in Ordnung und werde dazu sicherlich auch nochmal ein bisschen was erzählen und euch dann anhand des 3D-Modells schon mal vorbereiten können und ein paar Ideen, vielleicht auch ein paar Gameplay-Ideen einfach mal so für euch präsentieren. Also, zum Beispiel, was sehr interessant sein wird, wird die Slava als Testschiff mal zu sehen, mal sehen, wie sich das da entwickelt. Was hier auch als Highlight schon zu sehen ist, der T10-Zerstörer der Franzosen und der T9-Zerstörer der Franzosen, die gehen jetzt halt auch ins Spiel und auch da wird sicherlich sehr interessant sein, wie die sich dann entwickeln. Und dann gibt es noch diverse weitere Änderungen. Vor allen Dingen sind dazu kleine Fehler, die behoben wurden. Ja, zum Beispiel, dass die Überhitzungsanzeige des Motors nicht richtig angezeigt wurde, wenn die Taste W gedrückt wurde. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, das Zielvisier verdoppelte sich und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles behoben worden und was jetzt auch behoben wurde, ist zum Beispiel Entdeckungsreichweite von diversen Schiffen. Nämlich war es so, dass man im Nebel eine geringere Entdeckung hatte, als man die garantierte Entdeckung hatte. Also, das hört sich erstmal doof an. Die garantierte Entdeckung, also jedes Schiff wird bei mindestens oder spätestens zwei Kilometer Annäherung felsenfest entdeckt. Ja, egal, ob es hinter der Insel steht oder eben nicht. Ja, diese Schiffe hier hatten Werte von unter zwei Kilometern beim Schießen im Nebel. Und das Komische bei der Spielmechanik war eben so, dass man an zwei Kilometer an diese Zerstörer herangefahren ist und die trotzdem einfach nicht aufgingen. Ja, weil eben diese 1,9 Kilometer gezählt haben für diese Schiffe. Das wird jetzt also repariert und es wird dafür gesorgt, dass die Schiffe definitiv auf zwei Kilometer jetzt immer aufgehen. Ich denke mal, das hat irgendwas mit der Befehlzeilen-Hierarchie so ein bisschen zu tun, dass da die eine Befehlzeile eher gezählt wurde als die andere und das wird jetzt eben, wie gesagt, verbessert, also in Ordnung gebracht. Auch das Textor-Streaming wird jetzt wieder aktiviert. Das hatten sie ja mit dem Update 0.8.2 deaktiviert und das sind alles so Sachen, die halt im Hintergrund jetzt laufen. Ich möchte euch jetzt einfach nur mal erzählt haben. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder durch diese ganze Update durch. Mich würde jetzt zum Abschluss interessieren, auf was freut ihr euch eigentlich am meisten bei dem Update 0.8.3? Auf das Stahlschiff, auf die neue Yamato vielleicht, ja, vielleicht die Veränderung bei der Le Terrible oder vielleicht auch den Wettbewerb, den wir euch ganz am Anfang vorgestellt haben. Wie steht ihr zu den technischen Veränderungen da mit X10.1? Wird es Zeit oder ist es jetzt vielleicht doch noch zu früh für euch? Seid ihr betroffen von dieser technischen Änderung, die jetzt stattfindet? Und es wird ja auch wirklich sehr, sehr kurz angekündigt. Ich finde, zwar haben sie eine Nachricht gemacht im November letzten Jahres, dass in Zukunft die technischen Anforderungen an World of Warships verändert werden und World of Warships ein bisschen verbessert und überholt wird, technisch, aber ganz ehrlich, habe ich jetzt vorher nicht gelesen, dass mit dem nächsten Update der X10 nur noch unterstützt wird und das sind jetzt nur zwei Tage Zeit. Wer kauft denn in zwei Tagen eine neue Grafikkarte jetzt? Erstmal ganz doof gesagt oder eine andere Windows-Version. Ganz doof gesagt, könntet ja auch an Windows liegen, wer noch Windows XP benutzt und so Sachen, da hat man ja dann durchaus auch eine gewisse Einschränkung. Ist vielleicht auch mal noch ein Gedankengang, den ihr so noch nicht hattet. Schreibt mir einfach dazu, auch zur Clanschatzkammer. Das würde mich auch sehr interessieren. Habt ihr da Befürchtungen oder freut euch drauf? All das gerne in die Kommentare rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo freuen. Besucht uns auch gerne auf unserem Discord. Die ganzen Adressen findet ihr alle unten in der Beschreibung, wenn ihr möchtet. Und dann hören wir uns im nächsten Video. Und ich danke euch für eure Zeit und den Kopf. Ihr geht jetzt wieder ein bisschen schlauer aus dem Video raus, als ihr vorher reingegangen seid. In dem Sinne, schönen Tag, bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Andi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.